Herzlich willkommen zum Bahnverkehr aus Riesa. Heute stelle ich euch eine Dampflok im Bahnhof Riesa in diesem Video. Viel Spaß, Alter. Das Rauchen im Bahnhof ist nur in den gekehrten Zauberbereichen gestattet. Das Rauchen im Bahnhof ist nur in den gekehrten Zauberbereichen gestattet. Das Rauchen im Bahnhof ist nur in den gekehrten Zauberberiches. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020